Einen wunderschönen guten Abend, meine Damen und Herren. Ich mach wieder Zerstörung. Gott geht ab und ganz schön, du kommst zu Red! Peter ist gar der Erste. Denn seh ich, der kommt auf mich zu. Demolition! Sturm ist raus. Peter hab ich zur Hälfte getötet. Mit Jay festgehalten. Ich hab beide fest. Die setzen sich zurück. Oh, danke Paul, das war gut. Sehr gut. Wie viel Leben hast du noch? Ich hätte drauf ansetzen auf dem blauen Bus. Okay, ich werd hier gerade einfach richtig hart f***en. Und zwar von drei anderen Bussen, die mich alle gerammt haben. Ich bin übrigens gleich tot. Voll in Ordnung. Also ich kann nix dafür. Oh, hier ist ja so ein Dreier-Bus-Battle, Alter. Einfach getötet. Ich muss nach links. Hart getötet, aber anfangs ich hab null Punkte gemacht. Oh, ich dodge einfach. Ihr seid demnächst über rechts, Freunde. Ich bin ganz hinten. Ja, deswegen frage ich, ich schiebe. Doch voll, Alter! Ihr habt mir ja richtig den Weg freigemacht. Ja, das war die Frage. Kann ich jetzt dann noch? Gott kann Cosplay einfach. Alter! Arthur! Arthur! Was ist denn los mit ihm? Nehmen wir ihn, gell? Dalu, hab ich gut einen mitgegeben. Ja, aber nicht für den zweiten. Oh, Lara, nein! Awww. Kommt er dir entgegen? Awww! Ich hab Paul! Fuck! Schwach. Dankeschön. Ich hab Freddy bestiegen. Ja, komm! Ja, und ich werd dir jetzt alle rammen, wenn ihr nochmal kommt. So, eindemoliert. Ausgebremst. Oh, das ist... 10 zähle ich aber auch. Ich... Ich... Ich weiß, ich höre Dalu's Lache. Habe ich zerstört? Ich schlicht die Leben. Oh! Ob vom Ziel mit... Und dann noch Paul! Ich glaube, ich feier jetzt eine Runde mal nochmal. Guck mal, wie das läuft. Ne, ne, ne. Versuch's doch. Oh Gott. Sorry, Paul. Ja, läuft. Scheiße. Aaaaaaah. Was hat er gesagt? Das ist das Positive! Vernichtet hab ich, Genian! Dalu, ja! Schön dran. Schönes Setup. Das sind zwei rote Busse. Peter, bieg ab. Peter versucht zu fliehen. Boom! Ja! Jawoll! Demoliert, die Bitches! Pass auf, Peter! Da kommen drei blaue Busse, die rammen wollen! Oh mein Gott! Aaaaaah! Peter, das ist so frech. Ich könnte... Aaaaaah! Das ist mein Kiefer! Oh mein Gott! Da hinten ist auch... 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 Egal, das hat... Das hat uns nichts gebracht, glaube ich. Das hat uns nichts gebracht, glaube ich. Voll brau. Okay, links oder rechts, links oder rechts. Boom! Oh! Let's go! Den hast du auch noch gekriegt. Das ist unser erster Platz. Ich glaube auch. Ich werde das hier noch zu Ende fahren, aber Oli und Flo sind auch schon live. Das heißt, ich beende hier den Stream, ihr erfünft und dann seid ihr in der Primetime-Show. Äh... Ja. So der Plan. Weisedemann . Untertitelung des ZDF, 2020